Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Streuselteig. Streuselteig kann für verschiedene Kuchen und Nachspeisen verwendet werden. Die fertigen Streusel sollte man aber von großen und kleinen Naschkatzen fernhalten. Für 1 Kuchen werden folgende Zutaten benötigt. 200 Gramm Weizenmehl Type 405 125 Gramm zimmerwarme Butter 125 Gramm Zucker Prise Salz Folgende Utensilien werden benötigt. Schüssel Zubereitung Zucker und Butter mit den Händen zu einer cremigen Masse verarbeiten, danach das Mehl unterkneten und den Teig kurz rasten lassen. Teig zu Streuselhaselnussplätzchen Diese Varianten gibt es Zusätzlich 1 Päckchen Vanillezucker unter den Teig kneten. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Zubereitung 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 Zubereitung